Guck ihn an! Guck ihm ins Gesicht! Oder ihr! Ähm, ihm, es! Was? Wo? Wo ist wo? Ich hab letztens ein bisschen verzögert aufgenommen. Jetzt müssen wir halt ansünken, das geht anscheinend. Morgen Jungs! Und Mädels! So dunkel im Hintergrund. Wolltest du das? Dann machen wir mal Licht an. Wolltest du mal gucken? Mach noch ein kleines Licht an. Oh, ich hab viel zu... Woah, 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 woah! Scheiße! Wie das? Ja. Wie das? Wie das? Yeah! Pussy like this! Machen wir nochmal Neustart oder? Echt jetzt? Nee, komm, lass uns drin. Ist nicht ganz lustig. Ähm, ja. Wir kommen bei einer weiteren SCP Containment Breach Episode. Number 85, glaub ich. Wie jeden Sonntag. 85. Keine Ahnung, man. Ja, schon. Ähm, falls ihr die letzte Episode gesehen habt, wir wollen jetzt wissen, wo ihr alle herkommt und so. Und so. Der Link ist auch wieder unten in der Schreibung. Ja, mach hier durch mal auf der Map. Mädchen rot, Jungs blau. Und, ja. Du spielst nochmal die Mod. Ja, Fearing HD Community Mod. Von, äh. Ultramarck. Ultramarck. Ähm. With No Sense. Mr. Zombie Soldier. Du hast noch eine Kleinigkeit hier mit. Ich habe ganz wenig gemacht. Äh. Machen wir nochmal mit dem Intro. War lustig. Alex B. hat auch mitgeholfen. Und, warte, der Shadow. Dancer. Ich darf jetzt kein vergessen, jetzt haben wir schon angefangen aufzuzählen. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Wir gucken uns das Dokument an. Ist da nicht ein Vordergrund? Ja doch, das waren glaube ich alle. Oder einer. Maximal einer fehlt. Schau mal. Wo ist wo? Wo ist wo? So. Okay. Indirekt hast du auch mitgewirkt. Weil wenn es den Kanal nicht gäbe... Ja. Das stimmt. Mhm. Ich mache schon immer so schwammig irgendwie. Shadow Dance, Wizard Sense, Fred HD. Mark Crafter. Ist ja doof. Ja, okay. Haben wir alle. Ja. Guck. Hehehe. Morgen Jungs. Ich glaube nicht, ob jetzt mal fett gefällt. Morgen Jungs. Habe ich mich selber geschämt. Wir beiden Jungs. Willkommen meine Damen und Herren. Mein Name ist Wurfener Sanz und ich begrüße Sie herzlich zur VWM KT Community Team. Als allererstes gratuliere ich euch im Namen des gesamten Teams herzlich zu 1.000 Abos. Das ist super für dich. Wächst euer Kanal weiterhin so schnell. Nun denn. Mögender Blitzt-Hater beim scheißen Rettung. Viel Spaß beim Spielen. Geste Satz. Ich glaube der hat keinen Popschutz vor seinem Mikro holt. So. Und das kann ich nicht sagen. Keine Fritik. Ne, die Mott ist echt krass. Aber das habe ich ja schon im Livestream gesagt in der letzten Episode. Der Kasserole, auf der anderen Seite, ist eine schreckliche Abomination. Und er sollte hier mit den restlichen Freaks sein. Ah, hat er Freaks gesagt? Ja. Das richtig gehört hier. Wir sind in der Fearing HD Foundation. Ja. Ja, alles hier. Anders hier. So. Van Gogh. SCP Van Gogh wird. Das nächste Mal, ich nehme mich besser dran, dass wir die Puntplette machen. Okay. Wieso ein bisschen besser aussieht. Ich vergesse sie, bitte. Ja, natürlich. Ich sehe keine High Fidelity-Ansprüche wie ich. Oh, das war ein krasser Vorschlag. Jawohl. Voll auf das SCP fokussiert. Hm? Ich bin ja auch. Was ist das denn? Beweiss? Beweiss. Merkle? Sorry. What are you doing? Oh, der kraft ist ein Bus. Oh, der kraft ist ein Bus. Oder verschwindet. Verschwindet. Oh, okay. Alle drei Süße. Die Tür ist offen. Dann gehen wir rein. Ne? Mit dem höchsten Widerstand. Ich check jetzt erstmal hier die linke Seite. Komplett. Und so. Das ist eine gute Idee. Das hat sich ja schon mal orientiert. Ne, aber da kommen wir nicht rein. Ja, aber ich mein, das ist ja wo es ist. Da kommen wir nicht rein ohne Karte. Ja, aber dann ist der Raum, der kommt halt schon. So. Immer so ein bisschen monoges Gefühl. Respekt. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Natürlich. Man, Merkle, ich will dich nicht von hinten. Alles ist blöd, seitdem ich weiß, also wenn du dir was wo sagst. Seitdem es mir bewusst ist. Seitdem machen wir gar nichts. So. Ja. Dafür haben wir ja diesen coolen Remix von... Oho, 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 das war knapp. Ist doch blöd. Das war nichts in der Tür, Junge. Ha, das hat er gesagt, 40 minuten Episode hat er gesagt. Yes. Die Episode ist noch nicht vorbei. Schadenfreude. irgendwann mal gesagt dass wenn man vor zehn minuten stirbt dann macht man noch mal und wenn es nach zehn minuten ist dann ist die episode vorbei haben uns mal darauf geeinigt aber hat schon mal einen guten anfang gemacht ja ich verweise noch mal auf den fail von mir letzte woche das noch nicht gesehen hat das war schon total so ist das durch sap 939 verletzt tödlich und dann elendig verletal am boden ja liegend verblutet genau ich will nicht mit dir ins koalitionsbett die und die das koalitionsbett das das und das so von mir alle bestätigt was sollte behalten der steckt gerade so nicht in der decke aber auch Oh 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 oh, okay okay okay, okay mach mal. Ein, zwei Pixel. Wobei Pixel ist... Bei 3D nicht richtig. ...kugte eine... eine Tangente sein. Oder? Mit einem Bühdelpunkt... ...habe ich recht? Ja! Eine Sekante geht dann mit zwei Punkten durch. Die geht... ja genau. Die Hekt von zwei... Und wie heißt das, die... komplett vorbeigehen das schreibt jetzt in die kommentare mathematik stunde ein bereich der mathematik das war jetzt aber echt die tal hier beinahe der mausbacke zum fängnis werden da ist dann auf jeden fall hier die 2 auf jeden fall die werde ich dann noch benötigen ich fand mich doch scheiß kampf und die 2 girls nehmen die 2 girls war da wie bei PewDiePie letztens was sie sagten wag your ex und da gab es verschiedene methoden die ex zu töten oder so bei einem füllen die ex den anderen und scheiß ihm dann ins gesicht hab auch gesagt dass es 2 girls waren gab ach ja so eklig wag your ex heavy decision ist das hier da kannst du dich auch hier entscheiden ja und alle Wege gleich aussehen wollen wir wollen wir runter ja ich will die end schon viel besser ja wo ist wo ja 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 ich weiß nicht auch der ich ja 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 ich ob Todd wie auch schlug das schlug Nein, 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 nein! Oh, da ist die Hand! Nimm die Hand! Ob die Hand. Gib mir deine Hand. Was? Da gibt... der Satz, gib mir deine Hand, gibt da ne ganz andere Bedeutung. Ah ja. Okay. So. Who the hell is that? Komm mal, die Hände. Jetzt töte er dich. Der bringt dich um, Junge. Nee, ich guck mich nicht. Aufs Dauer. Was ist denn mit dem Lasting? Das Rohr. Das Rohr des Grauens. Voll erschrocken sinkt, so Junge. Jetzt stell dir was Gruseliges vor. Oh, Rohr des Grauens, Rohr des Grauens. Ich weiß nicht, hab ich da angegangen. Was dran? Er geht ja der Aufzug. Oh Gott. Ich glaub, Aufzug ist keine gute Idee. Ja, das steckt jetzt. Ja, genau schon. X-Platsch. Ich find jetzt eh nicht mal den Raum mit nem SCP. 173. Du musst, aber... Jetzt kommen wir nicht weiter. Kannst vergessen! X-Platsch. Da kommen wir rein. Ryan. Ryan. Will du rein? Schau. Boris Wolf! Ahhhh. I think the shortest way out is to the south east wing. South east wing. Das ist ein Satz. Geil einfach. South east wing. Das macht mich jetzt nicht so an. Alles wird hart. Schau. So. Sack. Really? Ja, der ist halt drin. Nicht. Wo ist wo? Nein! Ach komm schon! Bitch, please! Der war wirklich drin, Mann. Where did you go reingegangen? Wie ist der zu kurz so hoch gemacht? Wo ist wo? Super. And now... Du kannst aber unendlich. Kann man da unendlich überleben da drin? Ähm... Das... Ne, da ist der... Der Abstand ist zu klein. Jetzt stirbst du. Now you will die. Wo ist wo? Guck ihn an! Guck ihm ins Gesicht! Oder ihr! Ähm, ihm! Was? Wo? Na komm! Nimm ich, du Schwein! No! 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 Das ist so die normale Reaktion. Ja, okay, das war auch ne scheiße Episode. Komm, ich gibst du. Ja. Zwei scheiße Episoden in Folge. Das ist echt mies. Gut, dass du es eins siehst. Dafür kriegen jetzt bestimmt viele Diabos. Geflamed würde ordentlich. Shitstorm und... Hated! Gehated! Hated uns! Los! Nein, macht's nicht. Das war gemein dann. Muss wieder mal ne antidepressiva nehmen. Ist nicht lustig. Ein bisschen. Ohhhh. Nicht so viel. Ich konnte mich so sagen. Ja, eigentlich eh nicht. Aber... Ja. Vergesst nicht euch zu markieren auf der Map. Link in der Beschreibung. Ich hab's im letzten Video schon mal gesagt. Da ist auch ne Anleitung gegen die genau ihr das machen. könnt. Und... Ansonsten... Das übliche Olden, ne? Ja. Bist du bescheid. Ich halte wieder ein. Bleib geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.